Rostocks verletzter Torwart Perry Breutekam hatte kaum richtig Platz genommen, da machten seine Kollegen bereits ernst. Blitzschnell und mit verwirrendem Kombinationsspiel. Für Gladbachs Pass lag meist ein, zwei Schritte zu schnell und nach nur sieben Minuten die 1-0-Führung durch Oliver Neuwil. Mit viel Übersicht freigespielt von Slavomir Majak und trickreich vollendet durch den Nationalspieler in Spee Oliver Neuwil. 20 Minuten später, genialer Steilpass von Sergej Barbares und wieder ist Oliver Neuwil schneller als der Gegner. 2-0, schon sein sechster Saisontreffer. Da schien HSV-Trainer Frank Pagelsdorf richtig Heimweh zu bekommen. Gladbach ohne seinen verletzten Regisseur Stefan Effenberg harmlos im Gegensatz zu den Rostockern, die dem 3-0 näher waren als die erschreckend schwachen Männer vom Bökelberg. Nur einmal machten sie sich bemerkbar durch Andersson. Das aber war zu wenig. 2-0 für Hansa Rostock durch den gefeierten Mann des Abends, Oliver Neuwil.